Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von meinem Video-Tagebuch hier auf YouTube. Es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute ist mal überfasst Nacht, wie überfasst erläufend. Wir müssen zwar nachher noch auf ein Freundschaftsspiel, aber erst einmal geht es raus auf die Straße und da nehme ich euch einfach mit. Nächste Station, Köln-Süd. Meine Stadt. Ortlich ein bisschen. Ja, ja, wie so. Heute Abend versuche ich da doch mal, euch mit reinzunehmen. Ich meine, es ist einfach viel zu spannend hier draußen. Mit dem Laden gibt es normalerweise super leckere vegetarische Köfte. Die Schlangen überall, man kommt fast gar nicht rein. Wir sind auf Bad Profi-Blocke unterwegs. Wir sind auf Bad Profi-Blocke unterwegs. Unser Eiscreme-Laden ist auch mal kurz zu Büchern rotiert. Und jetzt geht es wieder. WDR ist auch da und nimmt es fleißig auf. So. Aber jetzt erst mal wieder zurück nach Hause und dann zum Fußballspiel. Kein Meisterschaftsspiel, kein Meisterschaftsspiel gegen White Devotion Barber. Aber ich darf nicht, der da an der Seite. LB48 nach Uratal, Uratal. Sportplatz Rauntal, mit Imbiss, ist richtig schön gemacht. Es ist genauso voll wie heute Mittag. Lauter Boden, lauter Leute. Geile Sachen. Gibt es erstmal, dass ich was zu essen finde. Und da mal weitersehen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugesehen habt und mit mir den Weiber Fastnacht verbracht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ein Like oder ein Abo sehr freuen. Teilt das freundene Video mit euren Freunden oder hinterlasst mir einen Kommentar. Alle Links zu meinen sozialen Medien findet ihr unten in der Videobeschreibung.